Willkommen zum Frieden. Die soziale Dreigliederung ist die Friedensbringerin. Die soziale Dreigliederung beschreibt, wie die drei Hauptregister der Gesellschaft, Staat, Kultur, Wirtschaft, auf ihr Eigentliches konzentriert werden können und bringt so Harmonie und letztlich Frieden in die Welt. Seit 100 Jahren sammeln sich die Schriften zur sozialen Dreigliederung und letztlich auch Videos an. Es lohnt sich, sich mit der sozialen Dreigliederung zu beschäftigen, auch um des Friedens willen.